Kannst du steigen? Nein. So. Aber im Kindergarten hat er gesagt, dass der Esel nicht so alt ist. Du, wenn der Samy Klaas am Reden ist, darfst du Solas nicht reden, oder? Oh, jetzt aber du. So. Dann kommt der Malte die Kenne. Ja, du bist der Kenne, oder? Ja, Karol. Sie haben gesagt, die beiden sind zuerst. Ja, aber jetzt bist du zuerst. Sie können noch etwas weiter reinlassen. Sie können auch noch dran. Ich habe gehört, du spielst gut Klavier. Stimmt das? Ja, aber nein. Du weisst es nicht. Du solltest aber etwas mehr üben, habe ich gehört. Okay. Du bist etwas faulen, stimmt das, beim Klavierspielen? Das ist ein alter Wettbewerb, habe ich gehört. Was? Von wem? Du hast einen Wettbewerb, oder? Du kannst bitte fleissig üben, oder? Aber als ich hier gesehen habe, du bist immer freundlich und nicht zu deinen kleinen Schwestern. Nein. 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 Das musst du auch besser machen, oder? Ja. Und ich habe gehört, du bist ein kleinervorfall. Mössli, machst du jetzt Karate? Stimmt das? Hä? Aber weiss ich nicht. Ich bin der Samy Klaus, ich weiss alles. Ich finde es super, dass du Sport machst. Versprichst du mir, dass du mit dem Klavier mehr üben und dass du mit deinem Schwester freundlich bist? Sicher? Sagst du bitte ja? Ja, sicher. Gut, ey. Wenn ich im nächsten Jahr komme, will ich dir nicht das gleiche erzählen, oder? So.